In Caprarica gibt es mittelalterliche Ställe, die noch gut erhalten sind. Hier kamen die Tiere an, wurden gefüttert und roten sich aus. Hier wurden Schafe und Ziegen zur Milch, Käse und Wolle für Kleidungsherstellung produziert. Die Frauen waren gewohnt im Winter in diesen Räumen zu arbeiten, denn die Tiere erwähnten sie mit ihren Arten. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.